Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap damit haben wir schon mal die hälfte dieses gefühl wenn man niesen muss aber es kommt nicht hoch sterben ich glaube jetzt ist es weg ja nächster stack muss ich ja noch daran denken dass da noch eine weile dran muss tut weh oder könnte ich mir eine reihe sparen wenn ich wenn ich halt irgendwo jetzt hier so eine reihe eine reihe baumstämme einfach lang ziehe wobei wenn ich einfach mal so ein paar querbalken rein ziehe und vielleicht eine linie sparen das verbraucht echt viel lehm ist schon ein bisschen enorm der lehmverbrauch bisschen heftig kräftig deftig der lehmverbrauch dass die sonne da jetzt drauf scheint ist auch jetzt nicht das geilste ich meine wenn ich einfach ne schande wenn ich jetzt zum beispiel da wo das drüber geht einfach da eine reihe lang ziehe ich brauche mal ein paar baumstämme das wäre halt zum beispiel hier und da und da die müssen ja irgendwie alle drei machen ich will nicht mehr ich will vielleicht irgendwas landen hmm theoretisch habe ich erde ja ich sehe die mitte gut ich sehe die mitte gut ... ... ... ... Den noch und den noch. Hät halt schon was einzigartiges. Dann sieht es nicht ganz so einfach aus, so ganz so simpel. Ich werde mir für die Reisegleichheit quasi auch das Leben sparen. Erst schlafen gehen. Bevor wieder ein Creeper kommt. Ich habe keine Lust mehr auf Creeper. Creeper sind doof. Und dann, ja, dann brauche ich wieder jede Menge Eische. Du mich auch. Gute Nacht. Ja, Zombiemann. Das war wohl nichts, wa? Scheiße, wa? Jetzt ist er weg. Okay. Da, 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 da. Ich habe gesehen. Krieg dich. Hä, hä. Ich habe ihn dran gekriegt. Ich habe ihn erwischt, der Limmel. Ich habe ihn erwischt. Äh, die Mitte. Äh, da, da. Okay, hier ist die Mitte. Das heißt, der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. So, halt weg. Pack, 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 pack. Gut, dass ich noch einen vollen Stack habe. Äh, nein. Nicht so. Komm schon. Ich will es, wenn dann richtig haben. Genau. Äh, dann muss ich das jetzt nur noch durchziehen, ne? Nee, 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 nee. Hm. 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 Ich will es sagen, damit spreche ich mir echt viel Leben. Ah, komm. So, ja. So. So. Volle Blendung. Volle Blendung. So. Eins und zwei. Ah, tut nicht weh. Aber die Baumstämme reichen dann auf keinen Fall. Ah, was heißt das? Wieder Holzfarben gehen. Hm. 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 So, eins und zwei. Aber so nach dem System kann ich ja trotzdem schon mal das Dach fertig machen. Dann ist das wenigstens gemacht und die Baumstämme kann ich ja später auch noch einsetzen. Hm. Hm. So, eins und zwei. Äh. Ah, dann kann ich ja da eigentlich Würfel reinsetzen. Naja. Jetzt sind es Slaps. Moment. Ah, ich bin doof. Wieso habe ich denn den jetzt weggemacht? Äh, so. Das ist noch richtig, genau. Mache ich mal die Seite hier fertig. Äh, so. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Klopf, klopf. Oh, 10 habe ich noch. 10 habe ich noch. 10 sind noch drin. Und jetzt keine mehr. Schauen wir, wie die Lehmproduktion aussieht. Ah, sehr schön. 20, oh. Du willst nicht mehr, Gerd, mit der Kuhlinie hauen. Hä? Ach, ja. Ich bin doof. Ja, manchmal ist es halt und so. Ja. Ich habe noch jede Menge Wetzlinge. Könnte höchstens schon mal immer so eins drauf. Äh. Ach ja. Hier ein, hier ein. Da ein. So. Und so. Perfect. Oh. Ach, Mann. Kluck, kluck. Abgesoffen. Wenn ich die Ziegel jetzt hier rausziehe, dann die nächste Fuhre. Das dürfte ja denn gewesen sein. Ach, die fällt mir. Das hier fällt mir nicht. Den da. So. Das war jetzt die richtige Reihe. Siehst du, dann habe ich auch diese Lücke da nicht mehr. Anfang hatte ich mir Gedanken gemacht, was mache ich denn mit der Lücke, aber ist der denn jetzt weg? Blub, 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 blub. Yo. Und es ward wieder dunkel. Wollte das Lama mich gerade anspucken? So, erfrecht Dachs. Ja, dann. Brauchen wir wieder Holz. Schnang. Krümelt euch, ihr Monster. Krümelt euch. Krümelt euch. Krümelt euch. 50 Piepen, dass gleich ein Creeper um die Ecke kommt und mein Haus zerstört. Okay, ich muss 5 Piepen abgeben. Piep, 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 50 Piepen. So. Ach, nee. Besser. Eklig ist Ungeheuer. Sicherungsverdreher. Hm, 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 stirbt. Hm, 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 stirbt. Wie sieht das jetzt, also von der Perspektive sieht es jetzt doch irgendwie seltsam aus. Vielleicht das Dach ein Stück länger machen? Hm. Ja, wahr? Ja. Ach, halt. Bei, muss ja jetzt eigentlich fertig sein. Können wir die nächste Rieger einschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müsste ja jetzt fertig sein, der Stack. Ich brauche noch Kohle. Und mal. So, müssen überall mindestens 8 drin sein. Das passt. Gut. So, 1, 2, 3, 4, 4, 5, und 6. User left your channel. User left my channel. Das ist gut. Das ist das Rieger. Hey, wake up. Ich wake ich später ab. Ich bin gerade am bauen. Ich hätte den TS vorher vielleicht zumachen sollen. Weil das ist jetzt die Überraschung in der Folge. TS-Geräusche. Spooky. Spooky. Spooky Team-Speak. Ja, das... Ich finde, das ist mal eine geniale Spontane Idee. Hier muss auch etwas anderes dran. Von unten? Ich muss gleich nochmal von unten gucken. Äh, Mist. Weil ich glaube, das untere müsste ich... Ich springe da jetzt nicht runter. Aber hier springe ich runter. Kawabanga! Ah, Mist. Ich wollte im Wasser landen. Äh, ja doch... Da von denen wegnehmen. Da von denen nochmal wegnehmen. Und da... Dann sieht's knurk aus. Da hab ich doch wieder mal eine Braugeland-Idea. Jetzt muss ich nur mal gucken. Äh, das war der hier. Und hier. Und hier. Für die Spitze... Hätte ich gern was anderes. Korbel-Slaps? Hacker! 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 Kinder, mach das mit dem Runterstürzen nicht nach. Das funktioniert nur in Minecraft. Bitte, mein... Warte, 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 warte. Mir kommt da gerade so ein Gedanke. Ich brauche dafür noch Treppen. Oh, ach stimmt ja, äh, Käsebällchen. Wie gesagt, können das nicht zuhause nachmachen, ist ungesund. Puh, 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 Puh. So. Ja, nice. Irgendwie gefällt mir das, dass ich die Spitze mit Kobbel gemacht habe. Ich weiß nicht, wieso, aber mir gefällt es. Wehe, du rotst. Gibt's ne Schelle. Wie geil, dass du ein Lama bist. Das hier fällt mir, so ist echt schick. Zon, zon, zon. Ich hab vielleicht noch ein paar Schleppsch machen sollen. Schleppidi schleppschleppsch. Gut, dass ich hier überall immer so ein Ding angebracht habe. Ja, 40 müssen wir es erstmal tun. Ich glaub, dann mach ich erstmal hier die Spitze. Ähm, ich hab das ein drüber gemacht, ne? Ja, genau, ein drüber über ein Holz. Genau. Äh. Genau. Halt, ach, hier ist noch ein. Und ein drüber. Genau. Ja. Äh. 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 Und hier dann halt die Dingensspitze. Brauche ich jetzt den hier, der muss wieder weg. Genau. Und da wollen...die schleppschleppschleppschlepschlepschleperd leer Okay. Na, komm, so, aha, jetzt muss ich überlegen, was drüben war, ach, jetzt wird es auch noch dunkel. Aber das müsste eigentlich so hinhauen, ich brauche da mal noch eine Leiter aufs Dach hoch, und ich brauche hier ein Bett, ich brauche hier unbedingt ein Bett, das habe ich jetzt eigentlich schon wirf gesagt, dass ich da unbedingt ein Bett brauche beim Lagerhaus. Komm, schieß auf den Creeper. Ha, hab dich, ass. Ich vermische da schon ein bisschen Endermänner, ich möchte Enderperlen haben. Davon wäre noch genug gekommen. Ach, ach ja, mit einem Pfeil im Knie, kann man immer gut schlafen. Oh, ein Mettfrötchen, noch ein Döner. Ah, da sind da auch das Frühstück. Da, da, da. Hm, 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 hm. Äh! Drei Stück, leck mich. Holy! Drei Stück, leck mich. Drei hyung.